Da kauft man einmal ein Haus und schon hat man keine Zeit mehr zum Radfahren. Ich bin jetzt schon über einen Monat nicht mehr Rad gefahren. Ich habe in letzter Zeit mehr Silikon in der Hand gehabt als jeder Schönheitschirurg, aber heute ist es endlich soweit. Ich kann wieder mich meines Hobbys widmen, meinem Hobby widmen und fahre jetzt eine kleine Runde Rad. Lustigerweise hatte ich, bevor ich umgezogen bin, mir den Max Lens Mob für die GoPro geholt und hatte mich über die fehlende Verfügbarkeit aufgeregt und habe dann auch tatsächlich einen ergattern können und war total glücklich darüber, aber ich bin seitdem ich das Ding habe nicht einmal gefahren und konnte es testen und das werde ich heute machen. Ich freue mich schon, endlich wieder Radfahren. Ich weiß schon gar nicht mehr wie das ist. Es ist jetzt schon Mitte Dezember. Es hat viel geregnet, deswegen habe ich auch den Dürrzug an und ich bin total unfit. Was ich gemacht habe, ich habe viel im Haus gemacht, noch ein bisschen renoviert und viel Kuchen gegessen und das schlägt sich natürlich wieder auf das Gewicht und die Fitness. Aber was soll's. Heute eine kleine Runde. Einfach eigentlich nur zum Bier reinkommen und das Rad einsauen, denn ich habe von Antidot ein paar Goodies geschenkt bekommen und werde die dann auch mal ausprobieren. Aber das in einem anderen Video, denn das Rad muss ja richtig dreckig werden. Das werde ich heute unternehmen und dann der Dreck muss auch mal ein bisschen antrocknen. Sonst ist das ja gar kein Test. Gut, dann viel Spaß beim Video. Wird recht kurz werden und dann das nächste Mal vielleicht ein Saison. Das Tolle an meinem Wohnort ist, dass ich gleich in der Nähe meiner Lieblings-Trades bin. Das Negative ist aber, dass dieses übliche Warmfahren, was ich sonst immer hatte, wegfällt und es gleich berghoch geht. Und das ohne Fitness. So, bin mal gespannt, wie das mit dem Max Lens Mod ausschaut. Eigentlich müsste er jetzt die horizontale Neigung wegfallen, wenn ich diese Berms hier fahre. Aber bin total langsam unterwegs. Ist aber auch schweinerutschig. Meine Fresse. Da hat es mich fast hingelegt. Den Sprung mache ich nicht. Der ist mir zu fett. Aber den hier, den kenne ich ja schon. So, also. Erster Trail nach über einem Monat. Hallo. Falsche Richtung. Ich weiß. Fahrt andersrum. Na gut, dass sie nicht weiter oben waren. Ja, wie gesagt, der erste Trail seit über einem Monat. Ich merkte echt die fehlende Fitness. Und an dieser einen Stelle, wo es dann so runter geht, der Sprung, bin ich echt abgekommen vom Weg. So ein bisschen weggerutscht. Hat sich nicht gut angefühlt. Aber allgemein das Radfahren fühlt sich gut an. Ich fahre jetzt noch ein bisschen rum. Ich mache das Rad richtig dreckig. Dann geht es nach Hause. Und ja, ich hoffe, man kann dem Max Lens Mod den Unterschied sehen. Ich habe es selber hier noch nicht angeschaut. Zu Hause dann. Und ja, Nachteil des Ganzen ist, man kann nur in Anführungsstrichen mit 2,7K aufnehmen. Aber ich glaube, es ist halb so wild. Und mit dem nächsten Firmware-Update oder mit der Hero 10 kommt dann 4K mit dem Max Lens Mod. So, dass man sich wieder eine neue Kamera kaufen muss. Machen sie schon gut, die Leute von GoPro. Also, dann bis zum nächsten Mal. Diesmal dauert es hoffentlich nicht so lange. Ciao. Ciao.